Ich bin aber auch neugierig, was hier ist. Gnome. Gnome mit ein bisschen Eisen und Stein, okay. Die lassen wir mal abgeschirmt, so wie sie sind. Gucken wir uns lieber hier weiter um. So, bauen hier fertig zu. Wo hab ich jetzt reingegraben? Ich krieg die blöde Brücke nicht ausgewählt. Ich will die Brücke löschen. Nein, nicht den Block, die Brücke. Ernsthaft. Nee. Irgendwie fühle ich mich grad veralbert. Vor diesem Block. Oder vor dieser Brücke. Ernsthaft? So, jetzt hab er. Nehm den Arbeiter. Bring ihn da oben hin. Dankeschön. Lösch diese Leiter. Danke. So. So. Mach hier bitte zu. Ah, fast alles zu. Gut. So, wo hab ich jetzt reingebuddelt? Ach, in den Orkbau hier. Ja, der ist kein so großes Problem. Ich klau ihm mal den ganzen Stein. So. Und schlag mir mal meine Armee. Und schlag die Orks zusammen. So. Die drei Orks sind wirklich kein Problem. So, in dem Bereich hab ich nichts mehr zu forschen. Dann geht's als nächstes an die gelehrten Spezialisierung. Oh, und auch ja. Gelehrte, wo seid ihr? Bitte spring mal zu meinen Gelehrten. Ich brauch nämlich noch einen Tisch. So. Und dann können ruhig bequeme Stühle her. Herrschaftlicher Stuhl. Ach, zwei Tomalin-Stühle. Die dürften reichen. So, jetzt ist nämlich meine gesamte Forscherschaft in Arbeit. So, wir haben den Raum freigelegt. Von dem aus können wir in den Raum noch. Und dann wollte ich noch nach da unten. Diese Räume, den da wollte ich meiden. Wie gut sind meine Gelehrten im Augenblick. 11, 13, 21. Also, was das mal du als Elfer befördert. Und wenn du dann dasselbe Level erreicht hast, wie er hier, also beide Level 14 sind, werde ich dich befördern. Und dann irgendwann noch dich. So, an das Gold, da möchte ich noch gerne kommen. Jo. Eigentlich müsste ich jetzt auf, äh, Lagertruhen sparen. So. Ja, du bist schon mal Level 12. Das ist gut. Du bist schon Level 14 geworden. Euch würde ich gerne befördern, aber ich habe kein Obsidian dafür. so, die Leiter kann weg. So, dass das da mal fertig gebaut wird. Alles fleißig beim Trainieren. Das finde ich gut. Du mach erst mal hier fertig, bevor du irgendwo hingehst. Und wir haben wieder Gold. Und wir haben wieder Gold. Oh, so haben wir hier oben, ja, wir haben hier oben die Goldadern angekratzt. Den Raum wollte ich meiden. Den Raum wollte ich meiden. Da gibt es ein paar Räume, wo ich hinbuddeln könnte. Da müsste ich aber erst mal die Orks loswerden. Mein Jungzwerg wäre bereit, dem Militär beizutreten. So, kriegt auch gleich die beiden Verbesserungen. Mit dem restlichen Eisen stelle ich noch ein, zwei Trainingspuppen auf. So, dann kann hier schön trainiert werden. Und wei. Dieses Loch hier ist gestopft. Da sind ja nur noch unzählige weitere Löcher. Die soll zum Beispiel hier mal fertig machen. Sonst wird das Wohnzimmer nicht mehr fertig. Ja, da ich genug Gold und Eisen habe. Werde ich jetzt wahrscheinlich wieder auf Eisentrainingsfiguren zurückgreifen müssen. Du bist bei 14. Du gehst auf die 15 zu. Also wenn beide 15 sind, werde ich auch ihn upgraden. Für ihn habe ich noch eine ganze Menge Zeit. Zumal mir eh noch etwas Tourmalin fehlt. So, erst große Truhen. Dann Soldatenkultur. Das ist das nächste Wichtige, was wir brauchen. Dann macht mal hier bitte die Wand fertig. So. So. So, jetzt ist das Wohnzimmer auch wieder fertig. Cool. Nächste Station Thronsaal. Was ein Weilchen dauern dürfte. Und ja, da den Spawnraum. So, noch einen Punkt. Dann haben wir genügend Platz in unseren Vorratslagern. Vorratslagern. Ach. Jo, du bist gleich 15. Du steuerst auch auf die 15 zu. Du bist jetzt 15 geworden. Lagerkapazität bitte. Du gehst halt viel schneller auf die 15 zu. Weil du das Doppelte an Erfahrung kriegst. So, das Gold. Wupp. 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 Dass wir auch mal in den Raum reinkommen. Hier oben werden noch mehr Räume, merke ich gerade. Aber weiter nach oben will ich nicht unbedingt. Weil ich glaube, da gibt es eh nur noch Gnome. Wupp. 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 So, Leiter hier. Und wir haben fast genug Holz, dass ich den Thronsaal reparieren könnte. So. Also, das Loch, was ich hier reingenissen habe. So. Jetzt habe ich genug Holz dafür. Dann mache ich erstmal das Loch zu. So, und dann kümmere ich mich hier drüben auf das Chaos hier. Und da kann ich leider noch keine Leiter hinbauen. Also ja, den Raum hier, vielleicht den Raum hier drüben noch. Wobei ich nicht glaube, dass ich da noch was Besonderes finde. Interessanter sind eher die Räume hier unten, diese hier, die beiden. Ach ja, du bist jetzt auch Level 15, du bist... Du hast ihn sogar schon überholt, aber das dürfte sich gleich kompensieren dadurch, dass er essen tut. So, neue Figuren bitte.